Guten Morgen, es ist zwar 15.39 Uhr, aber guten Morgen. Diese Folge geht so durch, wie ich es gesagt habe. Lustige Folge ist. Ähm. Ich wollte jetzt eigentlich zu einem Pokémon Center. Naja. Naja, kann man nichts machen. Werde ich mich doch lieber hier ein bisschen umschauen. Anstatt jetzt hier durchzurennen und Pokémon Center zu suchen. Was ich gerade vorhatte. Aber man will ja auch einen gewissen Schwierigkeitskoll haben. Ich habe nur 29 KP. Okay, es ist jetzt nicht so nötig, direkt ins nächste Pokémon Center zu rennen. Ich kam von hier. Also typisch für dieses Spiel wäre es jetzt, wenn es nicht dort lang geht. Und da geht es auch nicht lang. Nein, danke. Ich habe gerade keine Lust. Okay. Janma. Ah, es gibt noch keinen Jan-Jäger. Äh. Nein, danke. Vorsicht. Okay. Ich weiß, dass es die Attacke auf Deutsch anders heißt, aber ich weiß nicht wie. Dort geht es anscheinend auch nicht lang. Hm. Ich sollte lieber Scratch einsetzen. Äh. Dort geht es aber lang. Ich frage es, wo es hier hingeht. Ist es gerade ernsthaft passiert? Ich setze wieder Quick Attack ein. Was mache ich? Päusen. Bitte nicht. Ja. Nein. Bitte, bitte, bitte. Ja. Was war das? Also, das war mein Controller, aber. Ja. Level F. Hier geht es anscheinend nicht mal lang. Auch gut zu wissen. Ah, Mist. Caterpie. Ist jetzt wieder Quick Attack ein. Es ist mittlerweile schon so ein Reflex. Ja, toll. Geht. Nein. Ich lege das. Okay, wenn ich es recibholl ist. Ich lege das. Battle Meere. das kam jetzt sehr unerwartet er hat tatsächlich bettel mir gesagt ich werde es nie lernen ich werde es nie lernen ja mal klar ich bin mir zu sicher dass man es gehört hat in den karten da muss ich jetzt ernsthaft drin bleiben ich habe es schon wieder eingesetzt aber ich habe ja die zwei attacken da bekommen wo man langsamer wird da kann man es schon mal probieren ja wieder kommt jetzt aufs level droge ja dann vier dann geht das natürlich an mich hoffe ich da du lust Wo geht's hier hin? Ich renne wieder den falschen Weg. Schon wieder Jan-Mar. Also wenn ich Jan-Mar brauche. Ich weiß, wo ich hingehe. Nein! Pikachu ist geflüchtet. Nice. Das gibt's nicht. Oh. Und wen treffen wir denn da? Aber ich habe immer noch keine Bälle. Das schmerzt. Das schmerzt. Tschüss. Wo geht's denn hin? Ich renne hier irgendwo rum. Und check gar nichts. Nein, danke. Ich will es einfach nur noch aus diesem Wald rauchen. Äh. Hier bin ich komplett falsch. Ich bin komplett falsch. Äh. I won. nein dieses gesicht immer noch weiter was ist das na mann auf wie viel prozent also auf welche wahrscheinlichkeit ist es denn eingestellt 80 nein hallo da gehe ich jetzt hier lang zum glück ist es hier nicht so weit hallo nur der der für also der ein führer der pokémon hauptquartiers hat die autorität diese höhle zu betreten was ich bin komplett falsch ernsthaft ich glaube ich weiß was hin muss so darüber tanzer ach wie komme ich darüber hä hä ich bin irgendwo grundlegend falsch ich äh ach ne das ist nicht das pokémon center aber hier ist das pokémon center danke sag bloß ich muss dorthin auch auch nicht ob ich mit dem da reden muss ich habe jetzt die stadt befreit sozusagen da mache ich das noch schnell ne also mit dem muss ich schon mal nicht reden oder mit der also nicht mit dem sondern du siehst immer noch obdauerlos aus hast du immer noch kein item gefunden oder hast du immer noch nichts gefunden naja ähm den habe ich ganz vergessen muss ich hier hin sag bloß du hast das tyrann pokémon besiegt vielleicht vielleicht ist der ein bisschen ist da ein kleines bisschen hoffnung in dir hier nimmt das pokémon es ist ein sehr seltenes pokémon und kann nicht in dieser region gefunden werden ich hoffe es kommt in gute hände wir zählen alle auf dich ich glaube ich habe es nicht & und ich habe es nicht auch es ist nicht aber es ist es nicht naja das was mir erfolge ich werde mich informieren was ich machen muss keine ahnung also also das was in der folge ich hoffe es hat es gefallen